Juhu! Willkommen zurück bei Unicorns Fury. Hi. Au! Ja. Unicorns Fury und so, ne? Oh, womit wir bei Versuch Nummer 2 wären gleich mal zu Beginn. Ich wollte testen, ob das Ding wirklich so böse ist. Äh, du willst mich verarschen, oder? Ich meine, ich hätte es aufgeben können, wenn das Unicorn Horn, ne? Nicht so scheiße reagiert hätte. Wisst ihr was? Das ist die schnellste Aufgabe eines Gegenstands seit langer Zeit. Oder kann man dich erschießen? Nein. Sag mal, da geht es aber auch noch lang. Ach nein, nein. Du brauchst nur einen Platz. Bisschen mehr Platz. Gut, dann. Oh, nein. Wer hat sich denn das schon wieder ausgedacht? Ich mach's einfach mal mit. Hui. Ich weiß nicht, wieso ich das überlebt hab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich lauf mal ne Runde im Kreis. Da hinten ging's auch noch weiter. Was gibt's hier? Ah! Und ne Falle dazwischen? Nein. Das wäre schon fies, wenn jetzt genau in der Mitte so eine Stachelfalle wäre. Wer baut sowas? Wer baut sowas? Okay. Warum trau ich der Scheiße nicht? Okay, ging doch alles gut. Nee. Nee! Was war das gerade? Ah! Falling Blocks, ne? Und schwupp! Oh Gott, es geht immer noch. Ui, 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 ui. Gucken. Okay, ich komm da nicht durch. Ja, Lara, da musst du jetzt rein, ne? Glaub ich. Alles klar. Ich hab irgendetwas aufgehoben und bin einmal gestorben und noch einmal beinahe. Und, äh, wir haben dafür bekommen, Silverrot. Rot. Lag. Lag. Ja, vor allem lag. Ähm. Äh. Nicht sterben. Ich sterbe. Ja, ne? Äh. Äh, hä, hä. Dann mach ich das doch gleich nochmal. Ah, okay. Auf dem Boden sind Verzierungen, die markieren, wo man nicht drauflaufen darf. Damit hätten wir das jetzt auch geklärt für alle, die da spielen und sich jetzt nicht genau im Klaren waren, was ich gemacht hab. Ich weiß übrigens selber nicht. Einfach mal drauf losgelegt. Das war knapp. Au, das hat wehgetan. Wie kannst du mir wehtun? Wir sind doch Freunde, dachte ich. Oh. Schmerzen. So, jetzt geht's hier hoch. Treffen unser liebes Einhorn. Das wieder aufgehört hat, uns töten zu wollen. Und noch nicht wieder damit angefangen hat. Jetzt wollen wir doch mal schauen, ob wir jetzt... Nimm. Sterben. Tot sein. Okay, das lassen wir jetzt in Ruhe. Äh, springen darüber hinweg. Lassen den Köder liegen. Wir sind ganz nette Menschen. Wir brauchen eh nicht so oft unsere Waffen. Die wir noch nicht besitzen. Und legen einfach mit dem zweiten Teil dieser Folge fort. Indem es darum geht. Ja, was... Worum geht's eigentlich? Ich war hier ja nicht mehr lange. Ich hab mir das mal angeguckt. Aber ich denk mal... Ja. Von hier oben werden wir es ein bisschen mehr, äh... Identifizieren können als von unten. Ich nehm mal an. Es geht jetzt hier rüber. Ja, dann geht's nochmal um die Ecke. Und... Ui, das ist jetzt aber ein weiterer Sprung. Komm Lara, spring! Hui! Und da will ich jetzt auch nicht wirklich rein. Was haben wir denn hier drüben? Oh, ne Wand. Nein, da geht's sogar rein. Ich duck mich erstmal, weil das Spaß macht. Äh... Ach, noch so ein Ding. Das andere hat mir ja schon ziemlich viel abgezogen, ne? Äh, das ist blöd, 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 blöd. Beeil dich doch. Och Mann. Na gut. Und wir treffen uns wieder, wenn ich da bin. Ui! So, da sind wir wieder. Um die gleiche Stelle nochmal zu, äh... Machen. Und vielleicht auch gleich nochmal... Ffff... Total Schwachsinn, ne? Total zu failen. Aber diesmal sieht's besser aus. Und gleich reinspringen. Sonst macht mich das Ding hier fertig. Und jetzt sind wir hier gelandet. Dann wollen wir doch mal drehen. So. Ah, klasse. Gut. Und jetzt kommen wir hier nirgendwo nicht mehr raus. Muss ich da wieder hoch? Und ehrlich gesagt... Und ehrlich gesagt... Geh ich da jetzt lieber nochmal... So. Geh ich da ehrlich gesagt nochmal auf Nummer sicher. Weil das Ding wirklich böse ist. Ja, ne? Diesmal warte ich noch ein bisschen. Ja, jetzt müsste es über mir sein. Und bis ich jetzt oben bin... Jawoll. Hey, das war jetzt unfair. Ne, ne. Damit... Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Jetzt ist es über mir. Jetzt wäre ich vorhin abgesprungen. Jetzt gehe ich jetzt hoch. Du quietscht. Das Ding könnte ein bisschen Öl vertragen. Was haben wir hier drin noch alles Schönes? Bestimmt nicht nur die Drächelchen hier. Dracosian. Was haben wir denn noch? Oh, da war was. Da war was. Zumindest sah die Platte anders aus. Gleich nochmal gegen eine andere Wand laufen. Was haben wir hier? Oh, cool. Flop. Ach, das ist ein Geheimnis. Und weiter geht's. Die nehme ich auch mit. Spring gleich mal zurück. Vielleicht wird's deaktiviert. Nö. Gut. Dann haben wir jetzt diese zwei Gegenstände und können sie unten einsetzen. Oder erstmal ein bisschen irgendwo runterfallen, wenn man sich nicht festhalten darf. Fand ich jetzt gar nicht nett, ne? Ist ja eigentlich auch egal. Ich weiß, ich habe damals da drin so lange rumgeirrt. Ne, Quatsch. Ich bin schon wieder falsch. Oh, trachten sie Laras Rucksack. Zwei Schnallen, ne? Können sie jetzt kaufen im Teleshopping-Channel. So, dann, äh, doch, doch, hier lang. So. Äh, was haben wir eigentlich aufgehoben? Das wollte ich jetzt eigentlich nochmal zeigen. Zwei Silverrods. Gibt's auch Bronze oder Gold? Ich glaube, den Gegenstand schon mal gesehen zu haben in einem anderen Spiel. So. Und hier drüben. Und wenn mich meine detektiven Sinne nicht irren, öffnet sich hier drüben ein Tor. Ui. Das benutze ich jetzt als Preview für die nächste Folge. Ach, dich wollen wir. Da wollen wir hoch. Folge 15. Euer Grasch. Weil wir gönnen. Ichのgek 빠 aggregate. So. Also. Musik. Ich obsessed- Ich bin jetzt einen neuen Figuren. Ich glaube, ich bin euch auf Kai Bronx-альное Vault. Und hier Lincoln.